Frohe Weihnachten wünschen wir euch aus Ghana! Frohe Weihnachten! Wie viel Grad haben wir gerade? Wir haben einfach 33 Grad, Leute. Und feiern heute unseren Heiligabend am Strand. Genau so sieht es aus. Warte, wie viel Grad haben wir das? Ehrlich? Warte, wir haben tatsächlich... Es liegt gerade nicht. Aber ich hatte zu Hause geguckt, da hatten wir 33 Grad. Jedenfalls fahren wir zum Strand, nehmen euch mit, zeigen euch, was wir heute Schönes machen. Wünschen euch schöne Feste mit der Familie. Was hat man da genau zum Gesicht wünschen? Oh mein Gott. Genau, wir nehmen euch mit und sind schon on the way, es ist richtig heiß. Und dieses Jahr verbringen wir Weihnachten immer anders, ne? An dieser Stelle, Leute, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, nicht vergessen. Daumen nach oben und Glocke aktivieren. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind jetzt hier Beach, wir müssen Geld dafür zahlen, Leute. Hier. Hier, 50 CDs. Jetzt wird hier alles aus dem Auto geräumt. Papa hat sogar Tore dabei. Hier wird richtig gespielt heute, ne? Ne? Heute wird richtig gekickt. Kate, bist du ready? Kate, bist du ready? Ja. So, los geht's. Wir haben sogar jemanden mitgenommen heute. Das ist ein Nachbarskind bei uns, der heute einfach mal mitdorfte. Das ist ein Nachbarskind. Ja? Ja und? Das sieht mal aus. Was? Das sieht mal aus jetzt. Ferris, komm und lache! Er ist... Oder kurz, Dos! Oh! Woah! Oh! 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 Langsam langzaam! Ah! Sk lump aus! Go, 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 go! Go, 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 go! Dennis, this is for the valley! Yep. Wow! Sorry, Captain! Sorry, Captain! So! We have taken the balls together, guys! There is now playing football! Football, 1 against 1 Let's go! Let's go! Let's go! In his run! Go! 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 Now let's go! Let's go! Go! Wir werden jetzt hier Getränke bekommen an den Strand, Leute. Ja. Oh nein, was hast du denn gemacht? Ein Berg, nicht auf Kinayas Berg treten, Leute. Schmeckt? Hattet ihr Spaß? Ja. Das ist das, was zählt, ihr hattet Spaß. Das war euer Weihnachten 2023. Ja, aber wir gehen noch essen. Genau so sieht es aus. Mama wollte edel essen gehen, so schön essen. Ich glaube, das ist verschiedene, oder? Unser Weihnachtsessen holen wir dann noch, das seht ihr in meiner Insta-Story, ne? Weil das machen wir dann morgen. Also abonniert mich gerne. Das seht ihr in meiner Insta-Story, das machen wir morgen. Also morgen kommt das wieder. Was kommt heute? Egal was heute noch kommt, checkt auf jeden Fall immer meine Insta-Story, ja? Dann verpasst ihr nichts. Frohe Weihnachts, Leute. Wir hoffen jetzt alle einen wunderschönen Tag. Es ist richtig laut, ne? Es ist richtig laut hier. Ich glaube, wir nehmen euch noch kurz mit, was wir essen. Und dann ist das Video auch schon bald vorbei. Ich weiß, ob der Weihnachtsmann da war zu Hause. Müssen wir gleich mal gucken. Jeder nimmt seins, oder was? Eins, okay. Coffee? Okay, dann guten Appetit. Hinsetzen, guten Appetit, ja? Schmeckt's? Irgendwann später. Also, es ist jetzt extrem voll hier. Da sind so viele Menschen. Also, was machen wir? Gehen wir trotzdem rein? Ja, dann lass reingehen. Tawisi, was hast du Lust? Burger oder Pizza? Pizza, ne? Pizza, ne? Ich will Burger. Okay, auf was hast du Bock? Pizza. Pizza? Pizza oder Burger? Pizza? Pizza oder Burger? Pizza? Ich nehme keine Pizza und keinen Burger, sogar ich nehme. Ich habe heute auch Bock auf. I want Pizza. Ich habe heute Bock auf. Pommes und Chicken. Okay. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sage. Ähm. Okay, dann geht einfach rein. Wow, Kids and Play. Leute, hier Sachen für Kids. Okay, kann ich spielen? Wenn jemand euch ärgert, kommst du mir Bescheid sagen, ja? Okay. Let's go. So, dann würden wir sagen, guten Appetit, ja? Ihr genießt. Kina, schmeckt dir das? Ja. Kosti, ist gut? Leute, ich mache Pizza auch. Aber Pommes gehen immer besser als Pizza. Ja? Ja. Und, ist es lecker? Ja. Taibis, und wie schmeckt es? Gut. Schmeckt gut? Ja. Zeig mal, was ist die andere Sorte? Das hier ist Chicken und das andere ist, mach mal auf. Das andere ist Thunfisch. So, dann verabschieden wir uns, Leute. Ich hoffe, ihr genießt euren Tag. Und tschüss. Oh, was ist das denn? Oh! Wer war das? Wer war das? Wer war das? Was ist dran? Oh mein Gott! Hier müsst ihr mal gucken, wo steht Kaden drauf, wo steht Kinaja? Hier stehe ich dran. Ehrlich? Guck. Kaden. Wow! Zeig mal. Und hier stehe ich drauf. Da steht Kinaja. Wo steht Kinaja? Ja, da! Wow! Das war das Weihnachtsmann. Oh, was ist das? Ich hatte das ja gewünscht. Was? Er hat gewünscht? Nein, ehrlich? Wow! Das habe ich mir auch gewünscht. Was ist das? Zeig mal. Wow! Da steht glaube ich Käden drauf, Kinaja. Oh da kommt noch was. Da steht Käden drauf. Was ist das denn? Du freust dich ja richtig. Oh wow. Da steht Käden drauf, glaube ich. Und da steht Käden drauf. Wow, ein Stiefel. Oh, zähl mal.